Ich grüße euch. Shikori ist sehr gesund. Heute mache ich mit euch etwas leckeres davon. Erstes Mal Shikori klein schneiden. Stiel hier rausnehmen ist zu hart. Ich bin glühen. Ich habe das Lass. Ich bin glühen. Ich bin glühen. Ich bin glühen. Ich bin glühen. ... ... ... ... ... ... Eine Zwiebel klein schneiden im Würfel. Zwiebel klein schneiden im Würfel. Schmelzen lassen. Zwiebel reinmachen. Zucker. Etwas Essig. Schickereien machen. Oliven rein schneiden. Salz. Und Pfeffer. Ein Ei. Dann abdecken. Dann Petersilie. Zwiebel. 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 Zelt.